Hallo Leute, willkommen zum dritten Part von 9 zu Team Project 2. Heute wird es heiß, denn heute spielen wir im Doku und ich nehme alle Parts hintereinander auf. Also nicht wundern, dass wir gerade noch in der Auswahl sind. Denn das Team ist gerade echt gut. Und wenn ihr euch am letzten Part erinnert, mit dem Rocket Launcher sollten, da haben wir einfach alles weggeräumt. Tja, mal gucken, ob es diesmal auch klappt. Und wie ihr sehen könnt, bin ich als Kögo am besten dran. Und er kommt heute. Super. Super. Ja, dieser Charakter ist schon etwas speziell im Gegenteil zu den anderen. Denn der hat so bestimmte Gläser, die ihm Halluzinationen auslösen von einem Candyland. Oh, die wurden neu verteilt die Team. Schade. Leute, da macht jemand so ein Solid Snake. Ich mache einfach so ein Solid Snake. Wer hat mich mit dem Ruin abgeworfen? Eklig. Da läuft doch eiskalt jemand als Solid Snake rum. Die ist jetzt, gute Stimmung. Ich bin schon am nächsten Tag. Oh, ich bin schon mal auf zu können, sie. Diese Mode war wohl zu lang. Tja, einen erwischt. 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 Tja, einen erwischt.